Hallo! Geh weg jetzt, muss moderieren. Hey Leute und willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben euch heute ein paar Fakten rausgesucht und zwar ein paar Random Facts zum Thema Musik und... Der Kammerton A, den ihr immer hört... Vorher gab es nicht... War ein A zum Thema A. Zum Thema A. Bei einer Flöte, wenn man sie spielt... Bei einer Flöte, wenn man sie spielt. Geil. Wenn man eine Flöte spielt, passiert es ja... Nein, ich hab schon wieder auf dem Bildschirm gestartet. Da wir ja gerade beim A sind... Sag ich die Finger falsch? Ich muss meine Finger machen, ich hab nicht so oft eine Flöte in der Hand. Ach, das ist schon... Alter, wir sind hier nicht bei American Pie. Und wir bleiben bei der... Und wir bleiben bei der Flöte, denn die El... Und wir bleiben bei der Flöte, denn Fakt Nummer 4. Stellt euch doch mal vor, diese Flöte... Flöte, 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 Flöte... Ich komm gar nicht da dran. Doch wusstet ihr schon, dass die Probe vor der Generalprobe eine sogenannte Hauptprobe ist? Also zu Zeiten des Krummhorns war es wie Blicken. Und damit geht es weiter zu Fakt Nummer 6. Wenn so eine richtig tolle Band ein richtig tolles Solo spielt, dann kennt ihr das alle. Aber... Oh ne, das wird so peinlich. Na noch alles Tutti bei euch? Jetzt werdet ihr denken... Nein, nein, ich denke... Voll gut! Lass mal so. Mach mal was dazu. Mach mal hoch. Ich hab mich grad mal nicht verhastelt. Und damit geht's zum letzten Fakt. Doch egal, ob man nun Noten lesen kann. Doch egal, ob man nun alleine spielt. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten und zu meinem Lieblings-Fakt. Und zwar ist es eigentlich wirklich... Boah, das wollte ich scheißegal sagen. Ich will nicht immer scheißegal sein. Und zwar ist es völlig egal, ob man Noten lesen kann oder nicht. Was wir alle gemeinsam haben, ist, dass sich unser Herzschlag der Musik anpasst, die wir hören. Und weiter? Und da... Ciao, ciao! Nummer 1! Sehr schön! Ja, ich gehe das! Ich habe das! Ich habe das! Ich habe das!